täglich klicken sich hunderte Millionen Menschen im Internet durch das größte Videoangebot der Welt sie seppen sich durch Comedy langsamer als meine Mutter tippt niemand auf einer Tastatur mehr oder weniger talentierte Musikdarbietungen Videos von Katzen die nur Blödsinn machen oder von selbsternannten Make-up Beraterinnen Make-up Entferner wo bist du hergestellt sind diese Filmchen meist von Amateuren pro Minute werden 300 Stunden Videomaterial aktueller und potenzieller Stars auf YouTube hochgeladen ist ihre Popularität Ausdruck echter Begeisterung oder auch Folge von Manipulation Diese beiden 25 Jahre alten begabten Musiker aus Arcachon in Südwestfrankreich sind Internetstars Zwar reicht so eine schnell aufgenommene Coverversion noch nicht die Miete zu bezahlen immerhin ist sie aber bereits 800.000 Mal gesehen worden und hat das Leben von Jeremy und Flo verändert Sie dürfen jetzt ihre erste Single aufnehmen und auf Tournee gehen Uns gibt es nur durch das Internet ohne das hätten wir nie professionell Musik gemacht hätten uns nicht der Welt präsentieren können und würden immer noch zu Hause herumklimpern Ohne die vielen Views hätte sich die Branche nie für uns interessiert Die gehen ja kein Risiko mehr ein denn sie wissen bereits wir haben ein Publikum Es gibt Leute die uns hören wollen Erst dann steigen die richtig ein aber wenn es dann klappt haben wir vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen Die Zahl ihrer Fans hat sich noch deutlich erhöht seitdem sie in einer beliebten Fernsehcasting Show aufgetreten sind Das Duo Frero de la Vega hat damals zwar nicht gewonnen Aber ihre erste Single ist am Erscheinungstag unter den Online Top Ten gelandet Das Video dazu hat nichts Amateurhaftes mehr Was wäre denn für euch eine tolle Zahl von Views? Die Million, die Million Für die jungen Stars ist dieser Erfolg wie ein Märchen 2.0 Aber es gibt im Internet auch weniger erfreuliche Geschichten Ob auf YouTube, Facebook oder Twitter Die tickenden Zähler bedeuten für die Künstler Hopp oder Top Aber auch für Politiker Und große Marken Diese Zahlen stehen für Popularität, Einfluss und Einnahmen Aber wie sehr darf man diesem Stimmungsbarometer trauen? Yes, we can Hat der Papst wirklich 4 Millionen Follower auf Twitter? Kann es sein, dass das Video des Koreaners Psi zwei Milliarden Mal gesehen wurde? Können diese Zahlen manipuliert werden, um die öffentliche Meinung, die Wähler oder die Verbraucher zu täuschen? Kann man berühmt werden, indem man die sozialen Medien gezielt beeinflusst Oder betrügt? Um das herauszufinden, machen wir ein Experiment Binnen 48 Stunden trommeln wir eine Band zusammen, die es nur zum Schein geben wird Und hier sind unsere vier begabten Komplizen Florent, Lina, Lucas und Camille Alles junge, noch unbekannte Schauspieler und Sänger in Paris Wir haben sie in ein Tonstudio bestellt Dort empfängt sie Toningenieur Geoffroy, der in seiner Freizeit auch Lieder komponiert Wir versuchen es einfach mal Wir hatten ihn tags zuvor gebeten, schnell ein Musikstück zusammenzubasteln Es heisst Fake Friends Unsere falsche Band studiert den Text ein Wir haben ihn selbst geschrieben, auf Englisch Das fällt leichter, wenn man recht einfallslos ist Drei Anläufe, schon ist die Musik perfekt Kamera läuft Ein Profiregisseur hilft uns mit dem Videoclip Gedreht im Supermarkt an der Ecke Große Kostüme brauchen wir nicht Die Choreografie wird improvisiert Um dem Clip noch etwas Glamour zu verleihen Mieten wir für einige Stunden eine Pariser Kleinkunstbühne Wir drehen, strengt euch an, Haltung Etwas Licht, viel Rauch und schon wirkt alles professionell Wie bei den Castingshows im Fernsehen Alles im Kasten, danke Jetzt fehlt unserer falschen Band nur noch ein echtes Bandfoto Etwas näher Und ein Name Wir entscheiden uns für Like Us Nun geht es an die Eigenwerbung für die Band im Internet Einfach und kostenlos Ein paar Klicks und der Clip ist bei YouTube hochgeladen Dann noch die passende Facebook-Seite und ein Twitter-Account Wir hoffen, dass die neue Band bald in aller Munde ist Eine Woche später Die ersten Zahlen sind niederschmetternd 18 Views bei YouTube Ganzen drei Fans auf Facebook gefällt das Und bei Twitter sieht es mit 10 Followern nicht besser aus Like Us kennt immer noch kein Mensch Im Web winkt die Rettung Hunderte kommerzielle Seiten bieten an Beim Bekanntheitsgrad etwas nachzuhelfen Erregen Sie Aufmerksamkeit Werden Sie berühmt Kommen Sie noch heute in allen sozialen Netzwerken groß raus Wenn man diesen Versprechungen Glauben schenkt Geht's direkt ans Bezahlen 25.000 YouTube-Aufrufe kosten 55 Euro 1.000 neue Facebook-Fans nur 19,90 Euro Und 2.000 frische Twitter-Follower Sind für 15,90 Euro günstig zu haben Wir beschließen mal die Probe aufs Exempel zu machen Wir treten online mit einer dieser Firmen in Kontakt Be more popular Werden Sie bekannter Verspricht schon Ihr Name Ein gewisser Tom versichert Erreichbarkeit rund um die Uhr Hallo aus Frankreich Das mit den 500.000 Views funktioniert? Ja, 500.000 oder auch eine Million Sicher? Ich möchte eine Band promoten Nicht, dass YouTube mich rauswirft Unsere Views sind sicher Wir beschließen uns 500.000 Views für 200 Euro zu leisten Die Bezahlung erfolgt bequem online im Voraus 72 Stunden später scheint der YouTube-Zähler bei unserem Clip fast verrückt zu spielen Bereits über 220.000 Views Und unsere Fans liefern Lobeshymnen im Minutentakt Anscheinend sind es keine Franzosen, die da kurz, aber begeistert schreiben Hier eine kleine Auswahl Ich mag euch sehr Oder Ihr seid toll Eine gewisse Lili Chiste verschreibt Bin gespannt auf mehr von euch Wer sind diese Bewunderer? Während unsere gekaufte Kampagne weiterläuft Nehmen wir eine dieser digitalen Marketingfirmen unter die Lupe Die mit dem Wunsch nach Berühmtheit gute Geschäfte macht Ihr Name bedeutet Kauf dir Fans Geleitet wird sie von Thibaut Tresière Er ist Anfang 20 Im Büro der 2012 gegründeten Firma am Stadtrand von Paris Arbeiten 10 Angestellte, die jeden Tag Bekanntheit verkaufen An Einzelpersonen oder Unternehmen Gerade kommt ein typischer Anruf herein Es geht um eine Bestellung vom Vortag Ich rufe an, weil ich gestern Abend Fans geordert habe Ich wollte wissen, ob die Bestellung angekommen ist und wie es jetzt weitergeht 10.000 Facebook-Fans, alle Zielgruppen, richtig? Wir haben 48 Stunden Bearbeitungszeit Bleiben die Fans später erhalten? Selbstverständlich Sollte die Zahlen nach der Kampagne deutlich abnehmen, werden wir wieder Fans aufstoppen Wunderbar, vielen Dank Keine Ursache Ein Kunde aus dem Musik-Business, der 10.000 Fans bestellt hat, um einen Künstler zu promoten Wahrscheinlich will er in der Branche damit besser dastehen Am gierigsten sind Künstler ganz allgemein Und auch die kleinen Unternehmen, die zeigen wollen, dass sie es geschafft haben Dass sich bei ihnen was bewegt und es vorwärts geht Hier die Facebook-Seite eines Agenturkunden aus dem Musikgeschäft Sehen wir uns an, wie sich die Likes bisher entwickelt haben Anfangs bleibt der Zähler bei null Fans Nachdem die Marketing-Agentur eingegriffen hat, steigt die Zahl plötzlich um 5000 Keiner von Trisiers Kunden war bereit zu einem Interview Er selbst jedoch nimmt gerne Stellung zu seinem Business-Modell Man könnte den Kauf von Facebook-Fans für Betrug halten Aber andererseits gibt es hunderte von Täuschungsmanövern, mit denen Unternehmen um Kunden kämpfen Firmen haben schon immer daran gefeilt, noch mehr Kundenvertrauen zu gewinnen Und die Kunden dabei mehr oder weniger betrogen Das ist nichts Neues, nur eine neue Methode Der Jungunternehmer hat in den ersten beiden Geschäftsjahren an französische Kunden Rund 7 Millionen Facebook-Fans verkauft 10 Millionen Twitter-Follower und 27 Millionen Views von Videos Aber nicht er selbst produziert diese vorgetäuschte Beliebtheit Er hat seine Subunternehmer Gerade spricht er mit einem von diesen Zulieferern Ich möchte mit dir die neuste Bestellung für Facebook besprechen Er nennt sich Abdul und arbeitet von Pakistan aus Kein Problem Ich verschaffe dir die 10.000 Fans Zurzeit dauert das maximal 24 Stunden Er kontaktiert an Leute in den Billiglohnländern, wie Pakistan und so weiter Die sind im Social Media Marketing ziemlich gut und weltweit stärker als wir Wie bei allen Produkten des Massenkonsums wird auch die Fabrikation von Views, Fans und Followern ausgelagert Doch erst noch einmal zurück zu unserer fiktiven Band Like Us Wie versprochen, hat unsere Bestellung nach einer Woche zu mehr als einer halben Million Aufrufen geführt Sieht man sich die YouTube-Statistik näher an, ergibt sich eine besondere Beliebtheit des Clips in der Ukraine, Indien und auch in Bangladesch Gerade dieses Land ist Weltmarktführer in diesem digitalen Geschäft geworden Wir forschen daher in Dhaka weiter nach, der Hauptstadt von Bangladesch Jeder Dritte lebt hier unter der Armutsgrenze In Dhaka sind die Bangladescher zwar arm, aber gut vernetzt In den letzten Jahren haben sich Mobiltelefone und mobiles Internet in dem extrem dicht bevölkerten Land rasant ausgebreitet Und der Handel mit Kontakten für soziale Medien ist für nicht wenige im Land zur Einkommensquelle geworden Die Staatliche Universität, hier im Institut für Wirtschaft und Technik, so hat man uns gesagt, werden wir endlich die Produzenten der ominösen Views und Likes finden Im Informatikseminar wird, wie überall auf der Welt gelehrt, wie Software geschrieben und verändert wird Die Studenten entwickeln für sich daraus lukrative Freizeitaktivitäten Wer von ihnen verkauft Kontakte für die sozialen Netzwerke? Die Hälfte der Kursteilnehmer finanziert damit ihr Studium Unter ihnen Reus Ahmet, 23 Abends, nach dem Unterricht, will er uns zeigen, wie er die Facebook-Fans und YouTube-Kommentare beschafft Er teilt sich eine Drei-Zimmer-Wohnung mit acht anderen Informatik-Studenten Natürlich sehen alle gerne den Nationalsport Cricket Aber abends sind sie vor allem damit beschäftigt, Millionen wertvoller Internetkontakte zu generieren Aber wie läuft das konkret ab? Reus hat zehn Facebook-Seiten, die er jeden Tag mit Posts und Videos füttert Sie sind den in Bangladesch besonders populären Themen gewidmet Cricket-Spielern Hochzeiten von örtlichen Prominenten Und dem Liebesleben von Jugendlichen Hunderttausende Landsleute folgen Reuses Posts Mit meinen Facebook-Seiten habe ich ein Netzwerk von drei Millionen Freunden aufgebaut Damit kann ich leicht zehn, zwanzig oder hunderttausend Anhänger generieren Seine drei Millionen eigenen Freunde und Fans animiert Reus zu freiwilliger und unbezahlter Aktivität in den sozialen Netzwerken Um seine internationalen Auftraggeber zufriedenzustellen Wir schlagen ihm einen Test vor Er soll bei unserer Fake-Band und ihrer Facebook-Seite in Sachen Popularität ordentlich nachhelfen Bisher hat sie nur drei Fans Reus verspricht 1000 Als erstes postet er auf seiner Cricket-Seite eine Bitte Hallo Freunde, bitte liked diese Seite Auf Facebook bedeutet das, Fan der Seite zu werden Ich fordere meine Freunde auf, auf eurer Seite Gefällt mir zu klicken Und viele werden das tun Diese simple Methode klappt angeblich immer Die Leute in Bangladesch liken großzügig, weil sie alles mögen Sport, Motorräder und alles drumherum Schon nach wenigen Stunden hat unsere Facebook-Seite ihre 1000 Fans Diese Bereitwilligkeit verschafft Reus und seinen Mitbewohnern je 200 Dollar monatlich Dreimal so viel wie der Durchschnittslohn in Bangladesch Derzeit habe ich neun ausländische Kunden Ich arbeite rund um die Uhr für sie Einige sind in den USA, andere in Großbritannien oder Australien Darunter ein amerikanischer Händler für Motorradzubehör Ein Immobilienmakler aus Maryland Und ein Sportartikelhändler in den französischen Alpen Der will wohl unbedingt bekannter werden Ob seine Interessenten aus Bangladesch dort eines Tages Skier kaufen werden? Es spielt keine Rolle, dass die Fans nicht aus Australien oder Amerika kommen Auch wenn sie aus Bangladesch, Indien oder anderswoher sind Achten diejenigen nicht darauf, die bei unseren Kunden einkaufen Die sehen nur Millionen von Likes Die Herkunft ist unwichtig Deshalb wenden sich Firmen aus der ganzen Welt an uns Reus verkauft 1000 Facebook-Fans für 10 Euro Aber man kann in Dakar noch günstigere Tarife finden Die Anbieter sind jedoch zurückhaltender Am nächsten Morgen stehen wir mit versteckter Kamera und unserem Übersetzer bereit Einen von ihnen zu treffen Indem wir uns als potenzielle Kunden ausgeben Sprechen Sie Englisch? Nicht wirklich Ibrahim ist 19 und geht aufs Gymnasium Er bietet einen unschlagbaren Preis 4 Euro für 1000 Facebook-Fans Und 8 Euro für 10.000 YouTube-Aufrufe Er unterbietet Reus um die Hälfte Und ist 10 Mal schneller Wir wollen ihn überreden, uns seine Methode zu verraten Normalerweise spreche ich nicht direkt mit den Kunden Aber ich werde es ihnen erklären Ich habe eine Software auf meinem Computer, die Likes und Views erzeugt Nicht die Gutmütigkeit seiner Facebook-Anhänger wie bei Reus Sondern ein Bot, ein digitaler Roboter, verrichtet das Wunderwerk Er willigt ein, uns das in der Nähe bei einem Freund kurz vorzuführen Das ist euer YouTube-Clip, ja? Ich starte jetzt meine Software Sie läuft Jetzt dauert es noch ein wenig, bis der Prozess in Gang kommt Um sein Betriebsgeheimnis zu schützen, deckt Ibrahim den Namen der Software ab Das Prinzip ist einfach Zuerst werden fiktive Nutzer angelegt Diese klicken dann automatisch auf die Videos oder Buttons Und generieren damit abertausende Male ein Gefällt mir oder einen Videoabruf Wenn die sozialen Netzwerke ihren Programmcode ändern Kann meine Software schon mal ein paar Stunden blockiert werden Aber zurzeit klappt es mit YouTube wunderbar und schnell Mit einem Mausklick kann Ibrahim 10.000 vollkommen aus der Luft gegriffene Videoabrufe erzeugen Diese Manipulationen sind in den Nutzungsbedingungen der sozialen Netzwerke ausdrücklich untersagt Bei YouTube heißt es Sie erklären sich damit einverstanden, keinerlei automatisches System, einschließlich jegliche Robots, einzusetzen Und bei Twitter? Der Verkauf oder Kauf von Followern, Retweets, Favoriten und so weiter Kann durch ein dauerhaftes Löschen entsprechender Accounts geahndet werden Bei Twitter allein werden jedes Jahr für geschätzte 260 Millionen Euro falsche oder nicht existierende Follower erkauft Gerade für Twitter begeistern sich viele Politiker So sehr, dass manche sich damit einen Teil ihrer Popularität erkaufen wollen Wir besuchen die Redaktion von Radio Europe 1 in Paris Schon vor Jahren hat der Sender eine Website ins Leben gerufen, die das Verhalten französischer Politiker in den sozialen Netzwerken beobachtet Thibaut Peserat ist einer der fünf Journalisten, die für die Website arbeiten Jeden Tag durchkämmen sie die Facebook- und Twitter-Konten von Politikern Wir scrollen uns den ganzen Tag durch die Tweets verschiedener Personen So haben wir ständig ein Auge darauf, was auf Twitter passiert Das Ziel, Scoops, also Sensationsmeldungen zu landen oder Ungereimtes zu finden Zugleich aber auch diejenigen zu entlarven, die ihre Anhängerzahlen künstlich aufblähen An diesem Tag interessiert sich der Rechercheur für einen engen Berater des Staatspräsidenten François Hollande Er heißt Fawzi Landaoui Sein Twitter-Account ist etwas suspekt Ich habe mir seine Follower mal angesehen Unter denen sind viele, die nicht französisch sprechen Zumindest nicht in ihrem Profiltext Das ist etwas merkwürdig bei einem Politiker, der außerhalb Frankreichs kaum bekannt ist Zum Beispiel dieses Profil Es passt so gar nicht zu dem, was man bei Interessenten von Landaoui erwarten würde Bei genauerem Hinsehen entdeckt der Journalist, dass der Präsidentenberater im Januar 2014 Schlagartig 40.000 neue Follower hinzubekommen hat Sollte Fawzi Landaoui sich diese tatsächlich gekauft haben, dann wohl um seinen Bekanntheitsgrad, seine Machtposition und seinen Rückhalt im Internet zu demonstrieren Mein Eindruck ist, dass hier wirklich Follower gekauft wurden Ich habe bei Landaoui nachgefragt, er bestreitet es Also steht seine Aussage gegen die Bots auf Twitter Auch wir haben den Präsidentenberater kontaktiert Aber er weigert sich, unsere Fragen zu beantworten Auf welche Indizien können sich die Rechercheure von Europe 1 stützen? Schon 2012 sind sie einem ähnlichen Verdacht nachgegangen Das war bei einer hochrangigen Politikerin, Nadine Morano Ausgangspunkt? Dieses Diagramm über die Twitter-Follower der Ex-Ministerin Ohne aktuellen Anlass nimmt die Anzahl Ende 2012 innerhalb von drei Tagen um 50% zu Sie hat alle Manipulationen bestritten Eine Woche später lag die Zahl wieder auf dem vorherigen Niveau Aber auch im Showbusiness gibt es immer wieder solche Verdachtsmomente Im Rampenlicht stand dabei auch schon Lady Gaga, die Königin des Pop Lady Gaga hat ihren Fans etwas vorgegaukelt Bei den vielen Millionen von Views von Applause könnte es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein Hat Lady Gaga ihre Popularität künstlich gesteigert? Alles begann mit der Veröffentlichung von Applause bei YouTube Eine Woche später war der Clip schon über 14 Millionen Mal abgerufen worden Ein großer Erfolg, aber trotzdem zwei Millionen weniger als der neue Clip ihrer Konkurrentin Katy Perry mit 16 Millionen Hat sich Lady Gaga schwer damit getan, diesen Abstand hinzunehmen? Jedenfalls haben die Fans einige Tage später eine merkwürdige Aufforderung erhalten In New York treffen wir den 19-jährigen Mark Cohn Er studiert Musiktheater Und er war an der Aktion beteiligt, mit der die Userzahlen von Lady Gagas Clip in die Höhe schnellten Er ist Mitglied in der Community der treuesten Fans der Sängerin Sie nennen sich Little Monsters Jeden Tag verschickt er Nachrichten, postet und twittert über seinen Lieblingsstar Ich engagiere mich für sie und unterstütze sie, weil sie uns so viel gibt Nicht im materiellen Sinne oder musikalisch, sondern als Mensch Deshalb möchte ich, dass sie Erfolg hat Mark ist seinem Idol schon mehrfach persönlich begegnet und hat sogar Selfies mit ihr gemacht Im Sommer 2012 haben er und 40 Millionen weitere Fans einen Tweet direkt von Lady Gaga selbst erhalten Geht auf diesen Link, seht euch den Clip an und verbreitet ihn weiter Der Link führt zum Clip Applaus Wir waren alle überrascht, denn Lady Gaga hatte uns zuvor nie direkt aufgefordert, ihre Clips anzusehen Warum sollte sie das tun? Klar ist sie an Views und an den Charts interessiert Es war vielleicht ein Fehler, aber wir haben uns gesagt Okay, wir sorgen dafür, dass der Clip der meistgesehene auf YouTube wird Auf den ersten Blick ist daran nichts Verwerfliches Doch der Link ist manipuliert Wenn man darauf klickt, spielt der Clip nicht einmal, sondern 150 Mal ab Sechs Stunden lang in Schleife Ist das nicht Betrug, ihn sechs Stunden lang laufen zu lassen? Wohl schon, wenn man nicht wirklich die ganze Zeit zusieht Wenn du dir das aber wirklich so lange reinziehst, ist es in Ordnung Aber Lady Gaga kam damit nicht durch Die amerikanische Musikpresse hat die Manipulation schnell entdeckt und angeprangert Nach diesem Skandal löscht YouTube die Millionen gefälschter Views Kehren wir nach Frankreich zurück Zu der Firma, die mit Facebook-Fans und Views Handel treibt Auch nach zwei Jahren fühlt sich Thibaut Tresier ziemlich sicher bei dem, was er macht Er habe seine Methoden, sich der Überwachung durch die Internet-Giganten zu entziehen Oberste Regel, baue nie mehr als 30% Fakes ein Einer Seite mit 10.000 Fans würde ich empfehlen, nicht mehr als 3.000 von uns hinzuzukaufen Das wäre sonst riskant Was kann passieren? Dass Facebook, YouTube oder Twitter das Video blockieren und den Zähler löschen Bei unserer Fake-Band Like Us haben wir also einen Anfängerfehler gemacht Der rasante Sprung von 0 auf 500.000 hat die Aufmerksamkeit von YouTube erregt Nach einem Monat ist das Video verschwunden Hier enden unser Experiment und die Karriere unserer Band Im Internet kann man also die Zähler beeinflussen Oder auch die Inhalte manipulieren, um die Verbraucher zu täuschen Diverse Markenhersteller nutzen dies Und benutzen so die kleinen Stars aus dem Web für ihre eigenen Zwecke Auf YouTube hat es schon so manche schillernde Figur zu beachtlicher Popularität gebracht Man nennt sie YouTuberinnen Sie betreiben Videoblogs mit Ratschlägen und Empfehlungen für Frisuren, Make-up und Klamotten Beginnen wir mit einem neuen Make-up-Entferner, den ich seit zwei Wochen teste Diese Amateur-Videos haben einen enormen Einfluss auf das Kaufverhalten Einer von drei Käufern sieht sich heutzutage vor der Einkaufstour in den einschlägigen Blogs um Aber hinter der Maske hübscher Gesichter verbergen sich oft mächtige Marken Wir reisen in die Nähe von Angers in Westfrankreich Dort, in einem netten Einfamilienhaus, wohnt eine 21-jährige YouTuberin Madison ist Studentin und wohnt bei ihren Eltern Seit zwei Jahren betreibt sie ihren Blog über ihre große Leidenschaft, Mode und Schminken Jede Woche macht sie aus ihrem Zimmer wieder ein kleines Aufnahmestudio Heute macht sie ein Haul-Video Das heißt, sie packt vor der Kamera ihre Einkaufstüten aus und präsentiert ihre neuesten Errungenschaften Hier habe ich ein paar ganz einfache weiße Slipper Madison hat bei ihrem letzten Trip nach Paris einen neuen Lieblingsladen entdeckt Und da gibt's diese wunderbaren rosa Schuhe für ganze sieben Euro Für Schuhe ist das so gut wie nichts Sie kauft alle Klamotten von ihrem Taschengeld Das schlägt jede Konkurrenz Nun, das war's für heute Wir sehen uns nächste Woche wieder Mit wem sprichst du? Meinen Abonnenten Wer sind die? Meistens, zu 98 Prozent, sind es Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren Mehrere 10.000 Anhänger sehen regelmäßig die Videos auf Madisons Blog Vor einigen Monaten hat sie ihren eigenen YouTube-Kanal gestartet Der zählt inzwischen schon 57.000 Abonnenten Einige der Videos sind weit über 100.000 Mal gesehen worden Dieser Erfolg ist den Markenherstellern nicht entgangen Seit einiger Zeit schicken sie Madison gratis Proben ihrer Produkte, die sie dann vorstellt und testet Unter anderem habe ich diese Packung hier bekommen, mit Schmuck und solchen Schminksachen Führende Kosmetikhersteller umgarnen Madison Durch die Blogs nehmen sie exakt ihre Zielgruppe ins Visier Jung und weiblich Ein Interview haben die Konzerne abgelehnt Madison macht kein Geheimnis daraus, dass ihr der Werbeeffekt ihrer Videos bewusst ist Vor kurzem hat mich ein Hersteller für Haarpflegeprodukte kontaktiert Was hat er geboten? 700 Euro Als ich das gelesen habe, war ich total begeistert Diese Marke vorzustellen und dafür noch bezahlt zu werden, ist doch cool Darauf habe ich gewartet Ich hätte es aber auch ohne Geld gemacht Nicht, dass sie deshalb im Geld schwimmt Aber ihr Blog und der YouTube-Kanal bringen ihr im Schnitt monatlich 200 Euro ein Die Bekanntheit der jungen Dame interessiert aber nicht nur Kosmetikhersteller Sie lobt beispielsweise in einem ihrer Texte einen Anbieter von Ferienwohnungen namens House Trip Zu dem sie auch verlinkt Das verstößt nicht gegen das Gesetz, solange klar erkenntlich wird, dass es Werbung ist Dafür habe ich ein Honorar bekommen Wie viel das war? Ich glaube, es waren 70 Euro Nicht schlecht für einen bloßen Link, oder? Hast du da angegeben, dass es eine Werbung ist? Nein, hier nicht Warum nicht? Ich weiß nicht Vielleicht, weil ich nicht betonen wollte, dass ich dafür Geld bekommen habe Ist das für dich keine Täuschung, gegen Geld über etwas zu schreiben, ohne es anzugeben? Nicht unbedingt Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht Ob sich Madison wirklich ihrer Rolle zwischen einer unabhängigen Bloggerin und einem Instrument der Werbung bewusst ist? Zurück in Paris bitten wir Rechtsanwalt Barbry, einen Spezialisten für Medien- und Internetrecht, um seine Einschätzung Ich kenne in der ernstzunehmenden Bloggerszene niemanden, dessen Ziel es wäre, Kunden zu täuschen Allerdings fehlt es oft am Bewusstsein oder an rechtlichen Kenntnissen, sodass sie sich unwillentlich oder unwissentlich in Gefahr bringen Vielen Bloggern ist nicht klar, dass solche verdeckten Werbeaussagen gravierende rechtliche Verstöße sind, die geahndet werden müssen Es gibt Regeln, die man befolgen muss, besonders die Vorschrift der Transparenz Wenn jemand tatsächlich etwas macht, das nicht offengelegt wird, dann muss man das als Täuschung bezeichnen Laut Verbraucherschutzrecht, ist das eine strafbare Handlung, die Haft oder Geldstrafen einbringen kann Das stellt ein erhebliches Risiko dar Es gibt Blogger, die wohl nicht besonders viele Gedanken daran verschwenden Aber auch Markenhersteller, die gerade dazu auffordern, die Leser zu täuschen Solch eine unangenehme Erfahrung hat Marie vor kurzem gemacht Sie ist Lehrerin in Metz und unterhält seit vier Jahren einen Blog von Müttern für Mütter Darin bewertet sie Windeln, Kinderwagen, Fläschchen Etwa 2000 Eltern folgen dem Blog pro Tag Hin und wieder veröffentlicht Marie Artikel über Markenprodukte, die sie als gesponserte Texte kenntlich macht Je nach Länge des Texts verlangt sie dafür zwischen 50 und 500 Euro Hier ist zum Beispiel ein Artikel von mir über Urlaub mit kleinen Kindern in Ferienclubs Am Anfang des Artikels steht ein Hinweis, der Leser wird also nicht getäuscht Gesponserte Artikel bedeutet, dass ich für die Veröffentlichung einen gewissen Betrag von der besprochenen Firma erhalten habe Marie hat uns aber verraten, dass einige Marken weniger Skrupel haben Wenige Wochen zuvor ist sie vom großen deutschen Onlineshop Zalando kontaktiert worden Die Firma verkauft Kleidung und Schuhe im Internet Mit einem Umsatz von über zwei Milliarden Euro jährlich Zalando machte unserer Bloggerin ein überraschendes Angebot Ich habe von einer Agentur, die für Zalando arbeitet, eine Mail erhalten Also von einer wohlbekannten Marke, die floriert Daran wird mir angeboten, einen bezahlten Artikel mit klarer Message zu schreiben Mit der deutlichen Vorgabe, dass die Bezahlung oder das Sponsoring nicht erwähnt werden darf Die E-Mail macht ganz klar Unser Kunde wünscht keinerlei Kennzeichnung als gesponsert oder geschrieben in Zusammenarbeit mit Das ist eine klare Aufforderung zu illegalem Handeln Einen Artikel für eine Marke zu schreiben, aber nicht als gesponsert zu kennzeichnen Marie hat das Angebot abgelehnt Wir haben die Marketingagentur angerufen, die im Auftrag des Onlineshops an diverse Blogs herangetreten war Die Verantwortliche bemüht sich, Zalando zu entlasten Das war keine Aufforderung unseres Kunden In ihrer E-Mail ist aber von einer Bedingung ihres Kunden die Rede So habe ich es formuliert, das kommt aber nicht von unserem Kunden Sie übernimmt die Verantwortung dafür, der Bloggerin nahegelegt zu haben, verdeckte Werbung zu machen Das ist für Sie nicht unethisch oder illegal? Nicht wirklich Ich mache meine Arbeit Es liegt am Blogger selbst, ob das transparent gemacht wird oder nicht Sie wissen aber, ohne Hinweis ist das illegal Ja, unter Umständen Sie fordern also von der Bloggerin etwas Illegales? Könnte man so sagen Und das ist kein Problem für Sie? Nein, weil ich in 90% der Fälle damit Erfolg habe Die Blogger nehmen es anscheinend nicht so genau Wir haben tatsächlich in vielen Blogs Artikel gefunden, die diesen Onlineshop lobend erwähnen Aber keinerlei Hinweise auf ein Sponsoring geben Zalando selbst wollte dazu jedoch keine Stellung nehmen Einige Unternehmen zögern nicht, noch weiter zu gehen Sie benutzen das Internet, um ihre Gegner in Verruf zu bringen So geschehen in Viry-Châtillon bei Paris Das Opfer Der Lokalpolitiker Gabriel Amar Und sein Renommierprojekt Ein neues Werk für die Trinkwasserversorgung Guten Tag, herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss der Testphase In wenigen Tagen soll das Werk vier Gemeinden der Region mit Wasser versorgen Zuvor hatte ein Privatunternehmen diese Dienste geleistet Bei Baubeginn vor drei Jahren waren ein Blog und ein Twitter-Account dazu aufgetaucht Betrieben von einem mysteriösen Einwohner aus Viry-Châtillon Der angeblich vom Virus der Ökologie befallen ist In seinen Wortmeldungen behauptet er, dass Gabriel Amars Projekt die Gesundheit der Ortsbewohner gefährde Wie in meinem Post vor einigen Tagen schon betont, könnte das für schwangere Frauen und Kleinkinder bedenklich sein Amar selbst kann nicht herausfinden, wer hinter diesen Angriffen steckt Bis 2012 eine Zeitschrift, die Zusammenhänge enthüllt Der Block wurde von dem Großwasserversorger Suez Lyonnaise gesteuert Das von Amar angestoßene Trinkwasserprojekt bedrohte wohl dessen Monopol in der Region Der Wassergigant hatte insgeheim eine Agentur mit dem Namen Vais Solis beauftragt Die mit besagtem Blog das Projekt des Lokalpolitikers verunglimpfte Vais Solis Corporate machte das verdeckt Über einen Bürger, den es in Wahrheit gar nicht gab Die Agentur sitzt im Zentrum von Paris und ist auf Krisenkommunikation spezialisiert Unter anderem für prestigeträchtige Kunden wie Google, Orange, die französische Elektrizitätsgesellschaft und etliche Ministerien Wir haben eine Verabredung mit dem Agenturchef Er gibt zu, den anonymen Blog für den Wassergiganten Suez Lyonnaise gestartet zu haben Spielt seine Bedeutung aber herunter Sie haben diesen Blog ins Leben gerufen? Das schon, aber es handelte sich um einen Teaser Ist das üblich, mit solchen Blogs zu arbeiten? Ich sagte doch, das war ein Teaser Das bedeutet, man startet einen Blog In diesem Fall über ökologische Fragen Das ist ja nicht verboten Wir fragen dazu bei dem Medienrechtsanwalt Erik Babri nach Wenn es kein persönlicher Blog ist, ist man verpflichtet offen zu legen, wer dahinter steckt Wer dagegen verstößt, kann bestraft werden Der Verantwortliche bei der Agentur, der den Vertrag mit dem Wassermonopolisten geschlossen hatte, arbeitet heute bei einer großen Investitionsbank Anlässlich einer Pressekonferenz versuchen wir, ihn mit den Vorwürfen zu konfrontieren Der Vertrag, den Sie für Vais Solis abgeschlossen haben Da gab es doch die Geschichte mit diesem Blogger Ich spreche nur für die Bank Sicherlich, aber mich interessiert diese Sache mit dem Blogger Also wie der Blog zustande kam Ich werde nichts sagen Sie wollen meine Fragen nicht beantworten? Wir haben keine Stellungnahme erhalten Auch der Wasserversorger Suez Lyonnaise wollte uns kein Interview geben Inzwischen geht der Politiker Gabriel Amard gerichtlich gegen die Agentur vor Wegen Täuschung der Öffentlichkeit und unerlaubter Einflussnahme Die Agentur beschuldigt ihrerseits Amard der üblen Nachrede Für normale Internetsurfer ist es sehr schwierig, die Manipulationen zu erkennen Die sich im Dschungel der Blogs und der sozialen Netzwerke verbergen Sicher ist nur eines Während diese Dokumentation läuft, werden über 1200 Stunden neue Videos auf YouTube hochgeladen Und 130 Millionen Mal wird Gefällt mir auf Facebook geklickt Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020